Na, was hat er bekommen? Deine Waffen, die Fähigkeit verleihen, Gegnern ranzusetzen. Schon geil, was der Golem kann. So, was ist das da? Zwei weitere Scheiter. Warum habe ich den was schon freigescheitert? Ihr Schweine. Ja, da kommt der, ihr untoten Puck. Vor allen Dingen, warum sind das alles untote Humanoide? Und unter Humanoide meinte ich jetzt menschlich und so. Warum sind das keine Zwergen? So, kommen wir da durch. Ja. Nein, nein, nicht die Schalter berühren! Wir müssen es tun, Rogan. Es ist unsere einzige Möglichkeit. Nein, nicht da entlang. So fängt es an. Juckende, nervöse Finger, die alles anfassen müssen, die an allem herumspielen müssen. Dann kommt es und holt sich die juckenden, nervösen Finger. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es schon sehen. Hm, okay. Sehr schön. Hier drin ist außer uns noch etwas. Toller Tagebucheintrag. Ähm. Warum bin ich jetzt aber eigentlich nicht da in die Mitte gegangen? Denn da gibt es ja auch noch einiges. Der Weg ist noch immer versperrt. Oh, nein. Diese Barriere muss mit einem anderen Schalter zusammenhängen. Okay. Also brauchen wir den doch. Jetzt sind wir im lilanen Gebiet. Eine Notiz. Ah, jetzt dürfen wir passieren. Okay. Wenn ich mir recht entsinne, war da oben aber noch eine Tür, die ebenfalls zu diesem lilanen Werk gehörte. Wir laufen mal kurz dorthin. Weil wir wahrscheinlich wieder 10.000 Leute abmetzen dürfen. Oder auch nicht. So, hier war doch die Tür. Warum soll das der falsche Weg sein? Nett. Umkehren, umkehren. Und warum hier sind Thun? Und Golems. Viele Golems. Die irgendwie nicht aktiv werden. Jetzt aber. Gut. Direkt. Blitz. Wettblitz. 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 Alter, wenn ich mich so rumboxt, kann ich nichts machen. Dammit. 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 Nicht sonderlich fair, das wisst ihr, oder? Dammit. 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 Das ist echt nicht fair. Ich werde einfach nur zerboxt. Wie mies war das denn jetzt? Gut, die Reise endet hier. Dann machen wir das anders. Es sind einfach zu viele, die einen da rumschmeißen. Ansonsten wäre es kein Problem. Ihr sollt euch nicht bewegen. Ich bin der Einzige, der da reingeht. So, der geht schon mal hier in die Tür. In Position. Und der hier hin. Sein Prontoshin darf hier außen kämpfen. Dann der Knitsch ebenfalls hier. Und ich bin der Einzige, der jetzt da schnell rüber rennt. Oder nicht zurück rennt. Und dann sagt, ihr Schweineköp. Sollt ihr angreifen. Du als Magier sollst erstmal heilen. Und dann Kettflips raushauen. Und... Wenn ich jetzt recht bedenke. Kann man hier ruhig einen Stein hinwerfen. Sollten vielleicht unseren Angriff auf ein paar wenige erstmal fokussieren. Wo ist eigentlich der andere hin? Ach, das ist Brogan. Okay, wo bin ich? Ah, ich bin da vorne. Gut. Äh, kümmer dich. Du sollst nicht schmettern. Ich hab dir gesagt, du sollst den Steiner hinwerfen. Hören kann der auch nicht. Oder bleib einfach jetzt mal stehen. Gruppenheilung. Denn irgendwie kommen die da nicht raus. Und wir vernichten jetzt dener. Oh, Kinder, es gäbe es doch nicht. Was ist denn jetzt los? Machen auch nicht was, was ich sag. Oh, mal wieder nicht. Alter, das hat doch keinen Sinn. An sich sind das keine Gegner. Die können einen nur rumstunnen wie so ein Pack. Weg da, weg da, weg da. Ach, ich glaub, wir sind tot. Jep. Auf ein neues. Das ist ein echt scheiß. Punkt. Das gefällt mir nicht. Wir bekommen halt sowieso alle gleich was ab. Wenn ich den Golem da hinten halt platzieren würde. Dort, wo ihn keiner so wirklich treffen könnte. Und jeden irgendwo anders. Bis ich wenigstens kurz in Schach halten kann. Bis ich je noch zwei Easy Mode Teile da wegbekomme. Jeder bekommt seinen eigenen. Jeder bekommt seinen eigenen. Warum nicht? So. Du den. Du den. Pronto da. Und du den. Das hat jetzt jeder erst mal sein. Es gibt kein Kollateralschladen. Per se. Es wird keine Gnade geben. Alles organisiert. Schlag. Alles sitzen. Nur, dass die Typen auch schneller fallen. Jetzt halt's. Komm mal, ein Blatt. So. Mich auch mal ein Meister. Äh, ein hervorragender Meister. Oh, er auf mich rumzuschmeißen. Platz. So, das war der Nächste. Du sollst am Leben bleiben. Den. Der da hinten am Leben bleibt. Auf wenigstens einen aus dem Rücken. So, es gibt doch noch Ausdauer-Tränke, die wir bekommen hatten. Wir wissen das nicht. So, komm. Das hättest du aus, da hinten. Ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon. Verdammt. Ihr hattet mir so lange vom Hals gehalten. Dankeschön. Jetzt sind's nur noch drei. Wenn man mir so viel unbeworfen, aber immer noch mehr als genug. Das wird ein längerer Kampf. Komm schon. drauf haue. Jetzt gibt's mal einen hervorragenden. Ausdauer-Trank. So, noch zwei. Das sei dann. Ja, dann sei erschöpft. Wir machen das jetzt aber. So viel Heidringer habe ich noch nie verschwindet. Was ein Kampf. Na, endlich. Wir haben's geschafft. Holdreo. Es lebe die Macht von Duran. Ernsthaft. Geil. Wollen wir jetzt aber in die nächste Dimension wechseln. Erstmal Crossover-Speicherung. So, und die Drohnen sind alle da. Ihr dürft euch wieder formieren. Die Keule des Schnitters. Dränke. Notiz für die Heilung. So haben wir wahrscheinlich die normale Heilung bekommen. Dränke. Notiz für den Blitz. Gab es sonst noch irgendwo was Grünes? Ich glaube... Nein. Nein, gab's nicht. Wir haben ganz schön was geschafft. Oh, jetzt hab ich auch noch was gemacht. Ah, Sturm haben wir bekommen. Ah, und Wiederbelebung. Okay. Was konnte man noch alles aktivieren? Bedrohung irgendwo. Das da. So, neben dem noch das aktivieren. Speichern.